Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Rixi und willkommen zurück zu einer neuen Folge Maisamaka. Schön, dass ihr eingeschaut habt, liebe Leute. Vielen, vielen Dank dafür. Gut, heute war ja geplant, dass wir mal mit dem Satsuma zum TÜV fahren und ihn mal über den TÜV schicken. Da bin ich mal gespannt, ob das alles soweit hinhaut. Und wir sollten mal gucken, Licht aus? Nein, das hat sich nicht aus. Wir machen das mal aus. Das kostet mich nur Geld. Gut, den können wir wieder anmachen, warum der auch immer wieder ausgeht, aber schon aus performantechnischen Gründen. Gut, wie sieht es hier aus? Da ist immer noch nichts. Oh Mann, 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 Mann. Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, oder? Batterie aufladen. Das brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr. Das kostet nur unnötig Strom. Ähm, den nehmen wir mal besser mit, oder? Ja, besser ist es. Obwohl, ne, das passt. Ach, wir holen jetzt die raus erstmal. So. Was kommt dann hier hin? Das brauchen wir ja nicht mehr wirklich. Ähm. So. Haben wir das platziert? Da können wir nämlich jetzt den Killjul, den Restlichen, da reinschmeißen. Restlich alles gut. Das ist noch reichlich. Oh Mann. Wir fahren mal ein bisschen dichter ran hier. Geht ja mal gar nicht hier. Jule. Ähm, der muss ja nicht vorklönen, ist ja ein Benziner eigentlich. Jule. Kommen wir noch kurz ein bisschen zurück. Ops, die Bremsen müssen wir noch mal los machen. So. Ah. Ach, verdammt. Oh. Mehr nicht, Gottes Willen. Keine Lust, dass der Wagen irgendwelche Kratzer bekommt oder Beschädigungen. Will ich nicht wirklich provozieren. Okay, dann können wir jetzt einfach alles... What the fuck? Ähm. Ja. Diese Spiele manchmal. Unglaublich. Aber wahr. Oh, Telefon. Vielleicht unsere Bestehung da. Yes. Wie geil. Das passt doch super. Passt ja wunderbar sogar. Gingen auch irgendwelche Teile hier? Nö. Gut. Alles eingeräumt haben wir soweit, oder? Ja. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum TÜV fahren. Und wir können verkaufen. Also ey, hallo. Wie geil. Dann fahren wir über die Straße. Also erst. Sollen wir das mal mitnehmen? Operaturgram. Wir holen es besser mal mit. Besser ist das. Tun wir hier hinten rein. Ja. Zum anderen Dreieck. Wir sollten noch einen Feuerlöscher besorgen. Wo habe ich denn mein Feuerlöscher nochmal? Den... Habe ich den drin in der Bude? Oder habe ich den in der Werkstatt? Mal gucken. Was lebe ich hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, ah. Warum gucke ich? Ey. Das ist unglaublich, gell? Seit ich einmal in meinem Leben virtuell... Aha, da ist er. Seit ich in meinem Leben virtuell gespielt habe, also mit dem VR-Brille, habe ich das Problem, dass ich meinen Kopf immer bewege. Ah, komm. Da war es doch eben. Na. Lass mal los. Eigentlich so reingemacht werden, irgendwie. Fangen wir mal von der anderen Seite. Ich glaube, das ist besser. So. So. Da war es. So. Ist das auch erledigt? Haben wir noch mal einen Feuerlöscher mit. Vorsichtshalber. Okay. Da haben wir ja soweit alles jetzt eingepackt. Warum ist das Paket nicht so groß? Da habe ich die meiste Sorge vor. Okay. Anschneiden. Oh Mann, ich bin ein bisschen nervös. Oh, dieser Klang ist er verherrlich. Oh. Und mir wird noch Musik am machen. Ein bisschen. Fangen wir losfahren. Juhu. Ein bisschen lauter. Gut, Hamas. Jetzt fangen wir mit uns dazu. Und zum ersten Mal, liebe Leute. Boah, dein Sound. Geil. Bin ich mal richtig gespannt, wenn er mal richtig geduned ist. Wie er dann abgeht, der Ware. Aber der fährt sich so geil. Wie auf Schienen. Im Prinzip kann man damit so super Rallye fahren eigentlich. Also ich bedenke, wie der VW muss im Rumjumpen. Ne, schaut euch das mal an. Ehrlich. Wie gemacht dafür. Fällt mir sehr gut, sogar. Oh, wir haben jetzt schon maximale Geschwindigkeit erreicht, oder was? Was? Schneller fährt er nicht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Können wir noch einiges machen. Da kann der VW-Bus ja schneller fahren, als der Satsuma. Aber okay. Dann müssen wir halt ein bisschen Dune, das Teil. Und gut ist. Ja, ja. Und ich wollte auch über die Straße deswegen fahren, weil, ähm, der Kanister liegt nämlich auf der rechten Seite irgendwo. Ich komme mit dem nicht auch direkt mitnehmen. Mensch, mach das mal ein bisschen leiser. Der will nicht schalten, der. Uah. Jetzt geht's. Also irgendwas stimmt nicht mit der Schaltung oder so einem Getriebe. Keine Ahnung. Was hier los ist. Müssen wir mal schauen. Ah, jetzt wird er auch schneller. Interessant. Wirklich interessant. Oh, haben wir nichts verloren? Okay. Sieht gut aus. Stimmt, solche Aktionen sollte ich nicht machen. Der Wagen ist... ein wenig labil. Ich gucke es mal so aus. Oh, ich bin mal gespannt, was das kostet der TÜV. Bin ich mal gespannt. Obwohl, ich kann uns das leisten. Aber ich glaube nicht, dass es 5000 kostet. Das bezweifle ich doch ein bisschen. Oh. Der Wagen ist doch ungewohnt. Für mich zumindest. Das ist ein bisschen schwachsamer. Weil ich ein bisschen Panik habe. So, jetzt haben wir aber recht, rechts rum. Ich hoffe nicht, dass die Polizei uns anhält, wegen dem TÜV. Das ist mir immer noch zu laut. Ich will mich auch mit dem Motor ein bisschen hören. Okay, super. Alles frei. Und ein Gras. Yeah. Das sieht mit den Temperaturen aus. Der Rieh sieht nicht gut aus. Andersson ist er nicht mehr LED. Was sieht hier aus? Tutti aus. Ach, ich habe denn keinen Riemen eingebaut. Sehr seltsam. Muss ich nicht verstehen. Nee, oder? Immer noch Probleme mit der Kühlung. Das kann nicht wahr sein, oder? Ich habe den auch komplett vollständig repariert. Das ist mal schlecht jetzt. Oh, ich komme mit der Kiste nochmal an. Wenn ich wirklich mal weiß, was der TÜV uns zu berichten hat, ey. Oh, Mann, oh, Mann. Das darf nicht wahr sein. Warum ist die Karre immer noch am Rumsprudeln? Mensch. Ich habe doch den Keilriemen eingebaut. Warum läuft die Kühlung nicht, oder was? Ich verstehe es nicht. Hm. Ah, das schaffen wir schon irgendwie. Ich habe nämlich keine Kühlflüssigkeit, nichts dabei. Müssen wir dann wohl nochmal auffüllen. Beim Kollegen. Taimo. Und dann sieht es aber noch gut aus. Wenn es dann jetzt die Musik unterschiedlich lautsteckt hat. Das muss ich mir so vor. Oh, ich liebe dieses Lied. Aber ich muss sagen, die Musik von MySummerCard ist einfach geil. Ich glaube, ich werde mir ein paar CDs kaufen von der Band. Ich überlege, wie heißt die Band eigentlich? Kann man sich auch Musik-CDs von denen kaufen? Steht wohl schon, oder? Guck mal, jetzt ist er gekühlter. Äh, die Batterie ist aufgeladen auf jeden Fall. Schau mal. Wasser. Wasser. Oh, Wasser ist im Sinken. Oh, es ist Öl. Ich weiß gar nicht, bei der Fahrt ist das immer so eine Sache. Ich möchte euch mal gucken. Wir sind auf jeden Fall gleich da. Uh. Ich habe gerade Angst bekommen. Oh. 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 Das ist der Gang. Und zack, gibt Gas. Wir fahren mal zum TÜV. Irgendwas er uns zu berichten hat. Und dann holen wir mal das Paket ab. Wie spielt haben wir denn jetzt? Ja gut, haben wir auch genug Zeit. Das Radar-Ding ist auch drin. Das ist auch der TÜV, oder? Ja, das ist der TÜV, eindeutig. Gut, wir fahren mal mit der guten Stube hier. Gott. Nein, Batterie leer. Das kann mal nicht sein. Wir haben nur abgewirkt, glaube ich. Ja, ich habe nur abgewirkt. Wir sind ja schon ultra empfindlich. Oh, das wird reichen, oder? Musik aus. Gut. Das machen wir mal aus. So. Oh. Ich wollte eigentlich mal gucken. Oh, der Wagen ist auch am Kochen, ey. Ich höre ihn doch. Naja, wir werden sehen. Wow. Perfekto, Leute. Naja gut, fast perfekt. Obwohl, ja, gut, das passt. Gut, dann gehen wir mal rein. Heili, hallo. Was gibt es denn hier, hm? Wie mache ich das hier überhaupt? So, Leute. Ich habe ein erstes Problem. Mir ist die Aufnahme leider kaputt gegangen, an der Stelle. Und, jo. Haben wir mit dem TÜV mal bekommen. Soweit alles in Ordnung. Ähm. Gut. Waren irgendwie 325 oder 350. Irgendwie so rum. Musste ich bezahlen. Aber schade. Die Animation war echt recht nett. Aber ist nicht so schlimm, weil... Wir werden das Spiel eh nochmal spielen müssen. Weil, ähm... Alter, alles in Ordnung? Gut. Wir werden ja... Ähm, wer ist das nochmal? Das Spiel ist von vorne anfangen. Och, ne, oder? Ne, oder? Och. Es ist mir... Es ist die Batterie kaputt gegangen. Okay, dann müssen wir gerade zu Fuß rüberlatschen. Zu Taimo. Hm, man, 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 man. Von wegen TÜV. Alles in Ordnung. Bla, 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 bla. Oh, man, ey. Oh, Mann, ey. Es geht mir die Batterie kaputt einfach. Kann wahr sein. Tschüss. Okay, Taimo. Ich brauche eine... Obwohl, wir machen erst mal, was das ist. Oh. Oh, 5000 kostet das. Oh, Gottes Willen. Haben wir nicht genug Kohle für. So ein Mist, ey. Also, die Bestellung kommen wir leider vergessen abzuholen. 5000. Alter, was ist das für eine Bestellung, ey? Das ist ja krank. Das ist ja richtig krank. Ja, zum Glück kommt der Kollege gerade zu bei. Sonst hätte ich mich auch, ähm... Wenn ich jetzt, äh, keine Kohle gehabt hätte oder kein Werkzeug dabei gehabt hätte. Hätte man mit ihm auch fahren können. Wäre eigentlich optimal passend gewesen, aber... Warum nicht. So. Okay. Einmal Reparatur. Unterwegs. Rotauber geht mal auf. Danke. Jo, was brauchen wir denn eigentlich? Das ist die Frage der Fragen. War das die 2? Ich weiß gar nicht mehr. 6, 2... Ich glaube, die 6 war das. Gucken wir mal. Äh, 3... 4, 5, 6. Das müsste ja dann der sein. Und... Näh, ist nicht die 6. Verdammt. Durch die erste. Ganz kleines Schräubchen. Ah, mal... Na, 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 na. Warte mal, das war mal mit. Gucken wir wieder Ewigkeiten rum. Gucken wir mal die 2. Die klappt. Klappt auch nicht. Gut, dann die 3. Mupp. Ja, 4 war's. Okay. Gut, dann machen wir das mal ab. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Da hat man mal Glück gehabt, glaube ich, gerade. Wahrscheinlich ist auch noch Saft drauf. Hm. Sehr, sehr seltsam. Oster. Du kommst dann da rein. Könnte ich auch sein, dass es nicht die Batterie ist, sondern Sprit. Bin ich gar nicht drauf geachtet. Das kann es ja auch sein. Ach, das muss ich belegen. Glaub, als erstes war es... Warum ist die... Warum ist die schon fest? Nein. Nein. Wieso kriege ich die A? Auf der falschen Seite. Jetzt aber. F. So. Erst links, dann rechts. Oh. Gut. Da haben wir das auch. Können wir das Ding wieder weg. Können wir das mal wieder... Können wir das wieder reinlegen eigentlich? Irgendwie... Nee, es geht nicht, gell? So. So. Und rein damit wieder. Das soll das ja auch funktionieren wieder. Ist hoffentlich zugegangen, das Ding. Die rum auch mit. Können wir hier rein theoretisch nochmal aufladen, aber ich glaube, die ist kaputt. Ich glaube es. Wir werden es sehen. Okay, jetzt geht es wieder. Kann auch eine Füllzündung gewesen sein, weil gerade eben war es ja ein gleicher Klang. Gut. Gut, ähm, die Stirn können wir vergessen. Das heißt also, wir werden dann wohl in der nächsten Folge werden wir dann wohl verkaufen. Jo. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ansonsten, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super da freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Traxie. Ciao, ciao.